Oh, hast du schwarz versinkt gerade? Ja. Ah ja. Okay. Okay. Noch eins? Ist schon witzig, dass ich die Spiel wirklich nur aus meiner Druckfahrt verliere, ey. Kinders, Kinders, Kinders. Der Ball liegt gerade so schön, die weiße. Fuck! Er hätte auch reingehen können, fand ich, mit dem scheiß Winkel. Meine Fresse, ey. Oh, ist ein bisschen kritikulreich. Wie immer. Ich habe wenigstens ein paar von seinen Mummeln versteckt. Ein etwas. Ach, schütte. Der hätte ein bisschen mehr Geschwlichkeit haben können, dann wäre er da wahrscheinlich auch mit reingegangen. Der Wink wird jetzt besser? Also, liebe Kinders, wenn man sich die Daten an sich mal ansieht, ich glaube, gut 180 Meter lang ist das Monster. 80 Meter Spannweite. Oder kann sogar noch größer sein, weiß ich jetzt auswendig gar nicht. Wenn ihr die genauen Daten wisst. Also 80 Meter Flügelspannweite weiß ich durch Zufall, weil ich das heute nochmal kurz im Fernsehen der Doku gehört habe. Ah, okay. Und das ist halt von Flughafen Düsseldorf ausgestartet. Und, boah, der hat fast die ganze Landebahn für gebraucht, um abzuheben. Und das trotz einiger Kniffe bei den Flügeln. Eben. Es gibt nur noch eine einzige Maschine, die da noch mehr Anlauf braucht für. Das ist die Antonov, die russische Militär- und Transportmaschine. Boah. Das Ding ist ja noch abartiger, ja. Das ist noch eine ganze Hausnummer größer. Aber man hat auch direkt gemerkt, der Pilot hat von, hat in dem Moment, wo er das Ready for Takeoff gekriegt hat, hat der Vollgas gegeben. Und zwar richtig Vollgas. Das Video setze ich definitiv auch in das, ähm, wow, cool. Ähm, setze ich auch, ähm, kriege ich dich? Nein, war zu kurz. Ähm, werde ich definitiv hochladen. Wie, dem, ähm, wie die ansteigt. Ich hoffe, die Kamera hatte auch das, äh, den Ton relativ gut mitgenommen. Äh, ja. Dem Lacka, ey. Welchen nehm ich denn? Ach, komm, ich nehm die. Ähm. Du nimmst die andere, ne? Ja, schon klar. Mhm. Ach, der war zu dünn. Okay, das ist deiner. Ja. Ähm. Oh, ich wollte schon sagen, ey. Weil wenn jetzt die weiße Kugel mit runtergegangen wäre, hätte ich automatisch verloren. Ja. So. Nee, ich hatte, ich, bei mir ist das kurz hängen geblieben, äh, wo die noch so in der Ecke hin und her gependelt hatte. Und ich kenne, die fällt gar nicht. Aha, okay. Ja, dann würde ich mal so spontan sagen, würde ich, ähm, erst mal, wir haben nach 22 Uhr 2 ganz genau. Ja. Wähle diesen. Bitte einen Moment Geduld. Anzahl Spieler 2. Bei, Tischname. Äh, ich muss jetzt jetzt mal, hab's gefunden. Äh, Touchport, würde ich sagen, Passport lassen wir mal offen. Wir sind eh alleine, also. Okay. Alter, soll das ein Joker sein? Aha. Ja, okay. Äh, will ich, will ich den wegwerfen? Äh, wo kann ich denn jetzt hier was sagen? Oben, setze deinen Einsatz. Und okay? Ist das gut, oder? Äh, ich hab, ich hab meinen angesagt. Aha. Hm. Eine Karte hast du nur getauscht? Okay. Na, komm. Nimm mich nicht mal mit. Aha. Nett. Ganz groß. Mm-hmm. Hm, hm, hm. Mm, hm, hm. Mm, hm, hm. Ah, du hast gepasst? Ja? Weichei. Weichei, weichei. Weichei. Hm, machen wir das mal. Okay. Der Herr scheint sich seine Sache sicher zu sein. Scheiße. Mhm. Mhm. Hm, warte mal ab. Mhm, 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 mhm. Okay, das ist neis, ja. Ja, ich muss ja auch ein bisschen Geld wieder zurückgewinnen, oder? By the way, ähm, wie wir hier was machen, ähm, oder wie ihr seht, Poker ist zwar jetzt, haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Aber, 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 sollten wir auch mal wieder mal machen, ne? Gut, tun wir jetzt, aber... Weichei. 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 Ein paar ist da leider nicht genug gewesen. Ich finde es schade, dass es das nicht als Texas Hold'em Variante gibt. Es gibt auch ein Texas Hold'em. Aber nein, nicht als Tripbroker. Vielleicht sollten wir gleich einfach mal auf Texas Hold'em wechseln. Ah. Ja, erstmal will ich gucken. Hä? Hallo? Oder? Mhm. Drei Karten wieder getauscht. Ja. Oh, sie hat nur noch einen Top an. Naja, natürlich ist denn auch... Hallo? Hallo? Was hast du gemacht? Was? Was hab ich was gemacht? Okay, die ist die 100 wert? Mhm, vielleicht. Mhm. Ja, diese Kack... Dieser Kack... Kimmel, der da immer hat. Hahaha. Oh. Der Top hat sie jetzt also auch schon verloren. Äh, nein. Das wird mir zu teuer. Ach, er passt auch, Mann. Schön. Ja, wenn man nur Scheiße auf der Hand hat, bringt das nix. Selbst wird im Ass. Das wird mir gegangen ist grad, ey. Alter, wollen die mich verarschen? Hahaha. Du wirst meine Gründe dazu sehen, wenn du... Äh, dir das Video ansiehst. Dann wirst du meine Gründe verstehen, warum ich dann teilweise passe. Bin dabei. Scheiße. 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 Naja. Ist da nicht so, hat sie dich jetzt nötig? Hey, hey, hey. Ich hab was dir angezogen. Yay. Langweilig, langweilig. Ich bin dabei. Hm, bin dabei. Oh, ich bin schon bei 1000 Dollar. Hallo. Hallo. Ja, wir kriegen so langsam auf sich hier Gefühle. Nö, du, ich nicht. Ja, nee, ist klar. Verstanden, warum ich darauf nix gesetzt hab, ja? Mhm. 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 Okay. What? Ein Frühhaus hat der Sack? Alter. 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 Sie hat schon wieder die Jeans an. Man, oh. Nee, jetzt ist sie wieder weg. Hä? 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 Okay. und immer das das ist ja ein mehr schon gedacht Verdoppeln wir's doch mal. Ey, das ist echt normal, was du an Karten kriegst. Ich weiß nicht, warum. Hallo? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und sie hat wie ihre Kleidung an. Na super. Mhm. Da will ich gar nicht wissen, was du im Topf, was du genau auf der Hand hattest. Näh, 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 näh. Näh, näh. Näh, näh. Näh, näh. Näh. Näh, näh, näh. Warst du schon wieder komplett angezogen oder wie war das? Das war aber klar gewesen.